Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsguide für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch in Auftrag ein besonderes Geschoss. Für diesen Auftrag müsst ihr an den Meeresgrund. Ich habe es hier auf Level 2 gemacht. Hier müsst ihr in die große Höhle bei der normalen Strecke. Hier befinden sich zwei Wummer, die gegeneinander kämpfen. Verwerft während des Kampfes eins der beiden Wummer mit einem Luminarball. Es wird jetzt nun eine extra starke Aquaknare abschießen. Während es diese besonders starke Aquaknare abschießt, müsst ihr beide Wummer fotografieren. Es reicht auch, dass ihr das Wummer so fotografiert, während es den Schuss auflädt. Dieses Foto müsst ihr am Ende beim Professor abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr dann, habe ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Tschöme, du!